Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zum VBV-Podcast Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. In unserer aktuellen Staffel geht es um alle Aspekte rund um die Pension. Wie gewohnt führen Rudi Greinix und ich, Ariane Baron, sie durch das Gespräch. Wir haben nun schon viel über das heimische Pensionssystem gesprochen und bei allen Gesprächen gab es unterschiedliche Änderungsvorschläge, viele Verbesserungsansätze und auch manchmal Kritik. Und genau deshalb fragen wir heute jemanden, der all diese Vorschläge wohl nur so genau kennt oder kennen sollte. Den ehemaligen Vorsitzenden der Alterssicherungskommission, Dr. Walter Pöltner. Herzlich willkommen bei uns. Willkommen. Guten Tag. Honorarprofessor Dr. Walter Pöltner, Bundesminister AT, ist ein absoluter Experte, wenn es um das heimische Pensionssystem geht. Glaubt, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Nach seiner Zeit bei der Wiener Arbeiterkammer als Jurist im Sozialrecht war er schon in den 1990er Jahren Ministersekretär für Soziales, Gesundheit und Behindertenpolitik, später Sektionschef und zuletzt sogar Bundesminister in der interimistischen Expertenregierung. Er hat viele Jahre an der Weiterentwicklung des österreichischen Pensionssystems mitgewirkt und war zuletzt auch Vorsitzender der Alterssicherungskommission, wie wir schon gehört haben. So, lieber Herr Pöltner, ich würde gerne eh direkt ins Thema reingehen und Sie fragen, wie viel Idealismus braucht man denn, wenn man sich mit dem heimischen Pensionssystem beschäftigt? Das ist die Frage, Idealismus auf welcher Ebene. Als Experte tut man sich ja noch relativ leicht. Wenn man sich in der Politik nähert, wird es schon etwas schwieriger, weil ein Pensionssystem verlangt ist ja nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. Das ist man einfach einem Generationenvertrag schuldig. Und da tut sich natürlich die Politik sehr schwer. Soziale Sicherheit ist immer ein Thema der Leidenschaft, das man nicht ohne gewisse Emotionen auch erleben. Und ich bin stolz und froh darüber, dass mir das Schicksal so geschenkt hat, dass ich da mein Leben in diesem Bereich verbringen durfte. Ich hänge mich da gleich dran mit dem Wort Leidenschaft. Da kann man ja auch Leiden heraushören. Lieber Herr Dr. Pöltner, mich würde interessieren, wir haben gerade das Alterssicherungskommissionsthema schon angesprochen. Jetzt ist es den meisten Österreicherinnen und Österreichern gar nicht so geläufig, was diese Kommission denn eigentlich so macht. Ich habe da gefunden, die Aufgabe der Alterssicherungskommission ist es, über die langfristige Balance des Pensionssystems zu wachen, dafür zu sorgen, dass die Generation am Balance stimmt. Das klingt schon recht mächtig. Was haben Sie da konkret gemacht? Also die Alterssicherungskommission, ich sage es offen heraus, ist ein Etikettenschwindel. Sie berechnet zwar zum Teil bis zum Jahr 2070 Entwicklungen, stellt Tabellen dar. Jetzt haben wir wieder ein Mittelfristgutachten über fünf Jahre. Das wird still und leise auf der Homepage des Sozialministeriums publiziert und damit hat es sich auch. Mich wundert immer wieder und ich bin erschrocken und ich bin traurig, dass auch in der Politik niemand, kein Abgeordneter diese Berichte liest, auch nur annähernd. Wenn gleich auch in der Alterssicherungskommission im Endeffekt zwar auch Experten sitzen vom Wirtschaftsforschungsinstitut, vom IHS und so weiter, aber die haben ja dort nicht einmal ein Stimmrecht, sondern es ist in Wirklichkeit ein Beamten- und Sozialpartnergremium und dort wird, wie am Jahrmarkt die Entwicklungen der Zukunft irgendwie verhandelt. Ja, Herr Pölkner, da ist jetzt schon ein Punkt, den Sie da konkret angesprochen haben, den wollte ich eigentlich später im Gespräch aufgreifen, aber wenn wir das Stichwort jetzt schon haben, dann gehen wir ihn jetzt an. Nämlich Langfristgutachten. Meine konkrete Frage wäre gewesen, wie geht dann das jetzt zusammen? Also wir haben ein Langfristgutachten, das sagt, dass die Pensionen bis 2070 abgesichert sind. Gleichzeitig gibt es jetzt aber ein Mittelfristgutachten, das die Jahre 2022 bis 2027 betrifft. Das sagt, das System wird in diesen Jahren jährlich mit zehn Milliarden Euro belastet. Zählt man da jetzt die gesetzlichen Pensionen und die Beamtenpensionen zusammen? Wie passen jetzt diese zwei Gutachten zueinander? Wie geht sich das aus? Nein, das geht sich natürlich nicht aus. Man muss aber auch bedenken, dass das Langfristgutachten aus dem Jahr 2021 stammt, wo es also ganz andere Inflationsentwicklungen gegeben hat. Und da ich ja wie schon ein bisschen anklingen habe lassen, dieses Alterssicherungsgutachten auch ein bisschen als Sozialpartnerkompromiss ist hinsichtlich der Annahmen, Produktivität, der Werbsquoten, also von einer sehr optimistischen Wahrnehmung der Zukunft ausgegangen ist. Aber letztendlich ist dieses Gutachten aus 2021 Makulatur. Brauchen Sie es nicht mehr, geht nicht mehr mehr. Wir müssten jetzt die Kommission dieses Jahr ein neues Langfristgutachten machen unter Berücksichtigung dieser neuen Inflationsrate und Wirtschaftsentwicklungen, die sich also dramatisch verändert haben. Ich würde da gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil jetzt sind wir schon quasi fast bei dem, was funktioniert nicht so gut. Aber ich würde ganz gerne vorher noch ganz kurz, wenn wir sagen, in zwei, drei Sätzen fragen. Was funktioniert denn aus Ihrer Sicht beim heimischen Pensionssystem gut? Was zeichnet es aus aus Ihrer Sicht? Und zwar jetzt nicht als Sozialpartnerkompromiss, sondern als ehrliche Ansicht eines Experten, der sich viele Jahrzehnte damit beschäftigt. Das Pensionsrecht und ganz generell die Sozialversicherung ist ein ganz wichtiges Fundament einer demokratischen Gesellschaft. Und das Umlageverfahren ist ja gekennzeichnet, übrigens auch wie das Kapitaldeckungsverfahren vom Generationenvertrag. Das heißt, die aktive Bevölkerung erwirtschaftet das Vermögen, das für, jetzt sage ich auch mal, vereinfacht für die unproduktiven Jungen und Alten ausgegeben werden kann. Es muss immer die aktive Gesellschaft die unproduktiven Jungen und die unproduktiven Alten finanzieren. Das Umlageverfahren ist in der Pensionsversicherung ein sehr stabiles. Es ist schwerfällig, daher auch in der Krise schwerfällig. Das heißt, es ist nicht so anfällig, wie das Kapitaldeckungsverfahren bei Krisen, aber auch nicht so flexibel und schnell reagierbar wie ein Kapitaldeckungsverfahren in günstigen Zeiten. Also insofern ist das Umlageverfahren und die Pensionsversicherung jedenfalls auch ein sicheres System. Bei den Fragestellungen geht es um ganz etwas anderes. Es geht darum, wie finanziert eine Gesellschaft die künftigen Herausforderungen einer älteren und einer älter werdenden Gesellschaft. Und wir haben drei Bereiche, ich habe das jedem jetzt Sozial- und Gesundheitsminister auch versucht zu erklären. Wir werden Probleme haben mit der Gesundheit, mit den Gesundheitsausgaben, mit der Pflege und mit der Pensionsversicherung und mich entsetzt, mit welcher Nachlässigkeit und Unverantwortungslosigkeit die Politik diesen Herausforderungen gegenübersteht und in Wirklichkeit Schulden aufnimmt, die die nächste Generation und die übernächste Generation dann irgendwann zurückzahlen wird müssen. Es geht also um Verteilung in einem Sozialstaat und letztendlich um Frieden in einer Gesellschaft. Ich möchte gleich ergänzend fragen, weil wir jetzt mehrfach auch die Situation hatten, dass man auch in Frankreich, auch der jetzige Premierminister möchte das wieder machen, auch in Sachen Pensionssystem mit aktiv wird. Ist das, was Sie da gerade schildern, ein rein österreichisches Problem? Gibt es da positivere Beispiele aus den Nachbarländern oder ist das ein Thema, also nicht die Herausforderungen, sondern wie man mit umgegangen wird? Gibt es da Beispiele aus den Nachbarländern, die positiver wirken? Na schauen Sie, ich bin da immer sehr vorsichtig. Selbstverständlich. In einem internationalen Ranking wird Dänemark ganz hoch gehandelt. Das ist aber ein ganz anderes System, auch wenn man über Schweden spricht. Das ist ein ganz anderes System als das österreichische Pensionssystem. Also wir regeln zum Beispiel in unserem Pensionssystem auch die Invaliditätspension. Die wird in Schweden nicht dazu gerechnet. Beispielsweise in Holland ist das in der Krankenversicherung geregelt. Also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man die Länder miteinander vergleicht. Was mir aber wichtig ist, und ich schaue mir das da ganz kurz an, worum es geht, ist, wie ist die Erwerbsquote älterer Menschen. Dann erkennt man, wie viele Menschen arbeiten eigentlich noch zwischen zum Beispiel 60 und 64. Und im europäischen Schnitt, der OECD-Schnitt sind es 48 Prozent und in Österreich 28. Also es geht auch darum, und die beste Pensionsversicherungspolitik wäre eine gute Arbeitsmarktpolitik, in der ich schaue, dass Erwerbstätige, ältere Menschen auch in der Erwerbstätigkeit bleiben können. Sie haben jetzt schon den Punkt Produktivität angesprochen. Was wären denn so weitere Punkte, wo Sie sagen, so machen wir unser System fit für die Zukunft? Also ich sage mal Sozialstaat allgemein und Pensionsversicherung im Besonderen können Sie mit einem alten Dach irgendwie vergleichen. Sie müssen laufend daran arbeiten, damit dieses System so stabil bleibt, wie es derzeit ist. Es schaut nur momentan nicht danach aus, als ob die Politik diese Notwendigkeit begreift. Unser Umlageverfahren hängt natürlich ab von den Löhnen in erster Linie. Und wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit schon betrachten, dann sehen wir, dass die Lohnentwicklung stagniert. Dass die Produktivitätszuwächse stagnieren. Damit kommt natürlich ein Umlageverfahren in große Schwierigkeiten. Und das sieht man ja jetzt bereits. Die Pensionen steigen einfach höher als die Erwerbseinkommen. Die Beitragsgrundlagen schaffen nicht mehr die Finanzierung der Ausgaben. Da klafft eine Kluft, die für mich persönlich aus meiner Geschichte unbegreiflich ist. Sie können sich vorstellen, wir hatten im Jahr 2000 noch einen Bundesbeitrag von 6 Milliarden. Und das war damals unvorstellbar. Das hat ja auch dazu bewogen, dass eine Bundesregierung damals auch unter Schüssel gesagt hat, wir müssen eine Pensionsreform machen. Das ist zu viel. Wo stehen wir heute mit wie vielen Milliarden? Und das ist scheinbar plötzlich kein Problem mehr. Dieses Geld haben wir woanders weggenommen. Das fehlt uns in der Gesundheitspolitik. Es fehlt uns in der Pflege. Es fehlt uns in der Bildung. Wir finanzieren die Universitäten nicht und haben dort kein Geld. Auf der anderen Seite finden wir Pensionen und Pensionszuwächse, die höher sind, als sich die Beitragsgrundlagen entwickeln. Das heißt, die Pensionen werden höher, entwickeln sich mehr, als wie die einkommen. Da wäre ich eh gleich neugierig, weil beim Pensionsantrittsalter für mich eine Frage, die ich sehr spannend finde. Ich habe vor ein paar Monaten recherchiert und habe dann ein Zitat gefunden aus den 80er Jahren. Immerhin auch schon eine Zeit her, aber da war ich schon quasi mitten im Medienkonsum, konnte mich aber nicht mehr erinnern. Da hat damals ein hoher Gewerkschaftsvertreter gesagt, wir müssen unbedingt am Pensionsantrittsalter arbeiten. Nach oben. Das würde man heute eher selten hören. Wie ist da Ihre Einschätzung? Bewegt sich da was? Wird unsere Generation der 40-Jährigen schon bis 70 arbeiten? Wir unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Anfallsalter 65 und dem tatsächlichen Anfallsalter. Und da gibt es auch verschiedene statistische Aussagen, wie immer. Ich sage immer, ich glaube nur der Statistik, die ich selber fälsche. Aber jedenfalls beim gesetzlichen Anfallsalter müsste man was tun, das müsste man anheben. Und zwar rechtzeitig mit einer langfristigen Perspektive. Das hätte man schon im Jahr 2000 machen müssen, wollte Schüssel auch. Mit einer langfristigen Perspektive, dann können sich die Menschen darauf einstellen. Auch die Betriebe können sich darauf einstellen. Jetzt muss man mal schauen, dass man bis zum Jahr 2034, so ist halt der Plan, kann man dafür oder dagegen sein, werden dann Männer und Frauen das gleiche Pensionshalter haben. Und dann wird man sich langsam überlegen, ob man langsam auf 67 geht. Mit welchem Zeithorizont immer. Man muss es aber ernsthaft einmal diskutieren, weil es systemimmanent. Ich meine, ich verbessere jedes Jahr das Pensionsrecht. Weil kapitalisiert kriegt jede Generation in Pension immer mehr. Durch die längere Lebenserwartung. Das heißt, das Umlageverfahren, aus der Sicht eines Umlageverfahrens, wäre schon längst Pflicht gewesen, das gesetzliche Anfallsalter entsprechend der längeren Lebenserwartung anzuheben. Natürlich mit all den arbeits- und gesundheitsrechtlichen flankierenden Regelungen. Alleine das Anzeigen ist sinnlos. Aber es wäre notwendig. Und das sollte man den Leuten sagen. Man sollte auch den jungen Menschen sagen, es wird auch für dich kein Problem sein, weil du aus der Lebenserwartung bist 90. Es wird für dich kein Problem sein, bis 67 zu arbeiten, weil du wirst mit 67 so gesund sein wie heute ein 50-Jähriger. Aber natürlich, ich muss alternative Methoden finden, wie Betriebe einen guten Mix schaffen zwischen Älteren und Jüngern. Das machen die in Finnland, in Schweden. Dann gibt es den sogenannten Workability Index. Da gibt es Beratungsfirmen, die beraten die Firmen, die sagen, wenn es einen guten Mix zwischen Älteren und Jüngeren gibt, dann erhöhen sie die Produktivität. Man muss nur ein bisschen Fantasie walten lassen. Fürs erste Mal lassen wir es dabei. Mich würde interessieren, wir haben mit Professor Badl da angesprochen und auch der hat zum Beispiel gesagt, das muss ja erstrebenswert sein, nicht möglichst früh in Pension zu gehen, sondern möglichst lange so fit zu sein, dass man gerne arbeitet. Warum ist aus Ihrer Sicht, auch mit dem Background, den Sie da haben, es in Österreich so ein Thema, möglichst früh in Pension zu gehen beziehungsweise so ein Tabu neben der Pension noch zu arbeiten? Das ist eine Kultur, die man sehr mühevoll sich offenbar erarbeitet hat. Es wurde lange Zeit in Österreich Altersarbeitslosigkeit über die Invaliditätspension geregelt. Man hat einen sehr relativ offenen, leichten Zugang zur Invaliditätspension und hat dann immer geprahlt mit der guten Arbeitslosenrate im internationalen Vergleich. Klar, aber die Leute waren schon in Pension. Das aus diesem heraus hat sich eine Kultur entwickelt, ich gehe in Pension. Wenn Sie in Schweden an 65 Jahren fragen, ob er in Pension ist, wird er auf Sie böse sein. Da bin ich ja etwas, für wie hältst du mich? Also bei uns ist es eine Kultur, wenn du über 50 bist, bist du nicht in der Pension, bist du ein Volltrottel. Ja, so unter dem Motto. Dabei, und das ist etwas, Arbeit ist etwas Sinnstiftendes. Und zwar auf jeder Ebene ist es etwas Sinnstiftendes. Das ist also nicht nur für akademische Berufe, letztendlich auch für eine Billerarbeiterin. Weil da kommen soziale Kontakte zusammen, man trifft Kollegen, man kommt raus aus einem Familienfeld in ein anderes soziales Umfeld. Dass die Arbeitsbedingungen nicht überall passen, ist eine andere Frage. Das wäre jetzt ein Part, mit dem man sich beschäftigen muss. Wie schaffe ich es, dass Arbeit für alle Ebenen auch als sinnvoll erlebt wird? Gerade mit dem jetzigen Arbeitsminister, der ja der Chef vom IAS, hatten wir eine Studie gemacht, die genau das Thema ist. Wie schaffe ich eine Änderung der Kultur? Die Gebietskrankenkasse hatten, damals noch Gebietskrankenkasse, jetzt ÖGK, hatten einen Brief rausgeschrieben, wenn er noch länger im Krankenstand ist, er soll einen Antrag auf Pension stellen. Völlig unzulänglich. Und da gehörten aber auch Regelungen geschaffen, die diese Kultur ändern. Beispielsweise dürfte es gar keinen Antrag auf Invaliditätspension mehr geben. Wenn Sie gemindert arbeitsfähig sind, sind Sie in der Krankenversicherung. Und in der Krankenversicherung entscheidet dann die Medizin und sagt, jetzt können wir nicht mehr weiter. Und über die Krankenversicherung kann man dann einen Antrag in der Pensionsversicherung. Aber zuerst müsste man sich bemühen, kannst du wieder gesund werden? Wie kannst du wieder weiterarbeiten? Was kann ich für dich tun? Passiert alles nicht. Ja, wir haben ja weiter vorne im Gespräch schon angesprochen, dass das staatliche Pensionssystem in Österreich jährlich mit 10 Milliarden Euro belastet wird. Jetzt fußt ja das Pensionssystem hier auf drei Säulen. Also es gibt die staatliche, dann aber auch die betriebliche und die private Pensionsversorge, wo ja Säule 2 und 3 in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern noch eher klein, eher schwach sind. Was würden Sie, wie würden Sie das jetzt angehen, dass man auch diese Säulen zusätzlich stärkt? Also ich glaube, ich bin eh verschrieben als jemand, zumindest bei AK und ÖGB, der für so ein Komplementärsystem steht. Ich finde ein gutes Komplementärsystem mit einer stabilen Grundsicherung auf relativ gutem Niveau in der ersten Säule und mit der betrieblichen Altersvorsorge in der zweiten als wunderbare Ergänzung und die sich gegenseitig ausgleichen. Wenn man sich die Entwicklung in der zweiten Säule anschaut, also die letzten 20 Jahre, das ist doch eine schöne Erfolgsgeschichte. Von ganz wenigen bis heute eine Milliarde Menschen, die schon in der zweiten Säule drinnen sind. Jetzt sind Sie zu schnell gewachsen, weil Sie haben eine Milliarde gesagt. Ah, eine Million. So viele Menschen sammeln es auch nicht in China. Ja, genau. Aber immerhin eine Million. Das ist doch eine ganz schöne Entwicklung. Und da müsste man weiterarbeiten. Da meine ich mehr Flexibilität, auch den Mitarbeitervorsorgekasten und Pensionskasten zu billigen. Ich gehe Schritte weiter, wenn ich sage, in der staatlichen Pensionsversicherung, ich kriege es auch eine zweite Säule, die sogenannte Höherversicherung, die würde ich den Pensionskasten übertragen. Die hat dem Staat nichts verloren. Aber das Modell könnte ich ja in irgendeiner Weise auch zum Beispiel den Pensionskasten übertragen. Mit staatlichen Zuschüssen, so wie es halt jetzt heute auch läuft. Ja, soll schon so sein. Auch die Möglichkeit der Menschen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich vielleicht freiwillig aufzudoppen und freiwillig zu zahlen, eben mit entsprechenden steuerlichen Anwendungen zu haben. Da gibt es ja, glaube ich, ein paar Punkte. Man kann in einem Umlageverfahren nur homöopathisch vorgehen, weil man ist in der Umlagefalle. Jede Generation muss seine eigene über Kapitaldeckung ansparen und über Umlageverfahren die bestehenden Pensionen zahlen. Also um diese Doppelbelastung, die jetzt eh schon droht, aufgrund dieser dynamischen, für mich erschreckenden Entwicklung des Bundeszuschusses zur Pensionen, dass niemand, von den 183 Abgeordneten gibt es einen einzigen Abgeordneten, das ist der Abgeordnete Lorca, der das Problem erkennt, thematisiert und vergeblich im Parlament gegen eine leere Wand redet. Das interessiert niemanden. Und ich frage mich wirklich, was machen Sie im Haushalt, wenn Sie plötzlich die Miete statt 1.000 Euro 2.000 zahlen? Na, da möchte ich Sie sagen. Das sagt Feierabendach. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich hätte da schon eine Antwort drauf. Ich habe da immer wieder auch von einzelnen Politikern gehört, nur dann nehmen wir halt mehr auf. Das muss die Jugend zurückzahlen. Das ist das, was ich der Politik am meisten vorwerfe. Ich fände, dass die Politik in jeder und zu jeder Zeit, nicht nur jetzt, wenn ich jemandem etwas gebe, zum Beispiel Pensionsanpassung, dann soll die Politik auch dazu sagen, wem sie es wegnimmt. Sie hat kein Geld. Sie gibt es der Gesellschaft, aber sie nimmt es gleichzeitig der Gesellschaft weg. Es ist sie verteilt um. Dann sollen sie sagen, das kostet 8 Milliarden Euro und das zahlt die Generation, dafür nehmen wir Schulden ab, die werden ab 2030 zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, das ist von den, die dann 40 Jahre alt sind. Dann soll man das dazu sagen. Und man soll nicht so tun, wie wenn irgendjemand das aus seinem eigenen Säckelchen zahlt. Sondern Politik heißt immer nur Umverteilung in einer Gesellschaft. Politik selber kann nichts, kann nur umverteilen. Mehr kann sie nicht. Ich wollte jetzt kurz zwischenfragen, jetzt muss ich mit der Politik zwischenfragen. Sie haben ja kurzzeitig, für eine gewisse Phase auch selbst, das Ministeramt als Expertenminister übernommen. Hätten Sie da Ansätze gesehen, genau diese Schritte einzuleiten? Das, was Sie, das hätte ich mir nämlich auch als Expertenminister zugetraut, das, was jetzt in Ansatz die Regierung da plant. Ich hätte mir schon so ein weitreichendes Arbeits, Arbeitsgruppe, sage ich nicht so gern, aber wirklich so eine Arbeitsrunde, offene Arbeitsrunde mit permanenter Tagung, die sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und so mit dem Gesamtsystem und allen drei Säulen? Mit allen drei Säulen und unter Beachtung der Pflege- und der Gesundheitspolitik. Ich habe mich angemeldet bei allen Clubschefs im Parlament und hätte gern mit ihnen gesprochen, was kann ich als Expertenminister tun und hätte ihnen gern meine Vorschläge gemacht, ob ich nicht das oder das gemeinsam, und zwar wirklich mit allen Clubs. Also ich hätte nicht, wie gesagt, mit den Freihandlingen rede ich nicht oder mit den Grünen rede ich nicht oder mit den Neos. Das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, weil jeder, der im Parlament ist, ist demokratisch legitimiert und muss ernst genommen werden. Ob ich das jetzt, ob ich persönlich sympathisch finde oder nicht, Sie wissen das im Betrieb ja auch. Nicht jeder, der bei Ihnen in Ihrem Betrieb arbeitet, wird Ihr dicker Freund sein. Klingt spannend. Ich wollte bei der Politik noch nachfragen. Ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren ein Gespräch gehabt mit einem der Minister, die damals in Schweden das System quasi mit umgebaut haben, in den 90ern und eine der für mich wirklich beeindruckendsten Aussagen war, dass damals alle politischen Parteien in Schweden über viele Jahre, nämlich nicht nur eine Periode, sondern über viele Jahre, an diesem Entwurf gearbeitet haben und das dann gemeinsam auch quasi durchgetragen haben. Warum geht so etwas in Österreich nicht? Also der Hauptgrund wissen wir, wir haben immer eine Wahl. Und wer sich diesem Thema nähert, der kann dann plötzlich nicht nur geben, sondern muss auch nehmen. Das heißt, er muss Umverteilung sichtbar machen. Das heißt ja nicht, ich nehme will, sondern ich mache nur Umverteilung sichtbar. Und das führt dazu, dass man die nächste Wahl verliert. Schüssel hat die Wahl verloren, die nächste Wahl. Die nehmen aus sicher anderen Gründen auch, aber jedenfalls auch deshalb. Und der hat aber so ein stabiles, der letzte Staatsmann in der Richtung, und ich komme politisch von einer ganz anderen Richtung, trotzdem Anerkennung und Respekt vor dieser staatsmännischen Leistung mit dem Pensionskonto schon in die Zukunft gerichtet, transparent zu schaffen. Das fehlt halt. Die Angst der Regierung vor Wahlverlusten hemmt extrem den Reformwillen. Thema Frauenpensionen. Da gibt es jetzt eine Idee, die per se sehr, sehr gut ist, die aber wenig kommuniziert wird, beziehungsweise irgendwie noch wenig bekannt ist, nämlich das Pensionssplitting. Wie stehen Sie dem Pensionssplitting gegenüber? Ist das jetzt ein Weg zur aktuellen Zeit, Pensionen fairer für beide Geschlechter zu gestalten? Also ganz sicher. Wenn man davon ausgeht, dass beide Elternteile für das Leben und Heranwachsene des Kindes gleichermaßen verantwortlich sind, dann soll man auch die Verpflichtungen gemeinsam teilen. Das bedeutet, dass wenn jemand die Verpflichtung übernimmt, zu Hause zu bleiben und für die Kinderbetreuung zu sorgen, weil es auch nicht vor allem am Lande genügend Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, auch nicht in dem nötigen Zeitumfang gibt und der andere Elternteil hat die Möglichkeit, gut zu verdienen, weiter zu verdienen, dann soll er einen Teil, das da im Pensionskonto dazugewinnt, dem anderen Teil zuschreiben. Wenn wir nämlich da nichts tun, das Pensionskonto ist eine peinharte Regelung. Jedes geringere Einkommen wirkt sich auf die Pension aus. Und lange Teilzeit führen ja dazu, es ist ja wie ein Sparkonto, dass ich eben in diesen Jahren weniger einzahle und mein Sparkuthaben am Ende eben geringer ist. Und wenn wir da nichts tun, wir haben das von Anfang an gesagt, dann droht eine Altersarmut der Frauen. Und da ist ein Weg, natürlich muss es viele Wege geben. Im Arbeitsrecht ist nach wie vor dieser Gender Gap in der Auszahlung. Das wird ja eh sowieso immer wieder thematisiert. Ich habe aber leider oft immer das Problem, dass man die Dinge zwar thematisiert, problematisiert, aber wenn es dann geht, wir sind in Österreich sehr gut, auch ich, in der Analyse der Probleme. Aber sobald es an die Arbeit geht, Vorschläge zu machen, dann wird das zögerlich. Ja, noch ein Funfact dazu. Wir hatten nämlich in der letzten Folge Larissa Kravitz bei uns. Das ist eine Podcasterin und Finanzexpertin. Und die hat uns erzählt, dass lustigerweise die meisten Anträge über Pensionssplitting nicht von Frauen, sondern eben von Männern gestellt werden. In der Arbeitsgruppe, in der ich zum Teil auch teilgenommen habe, waren nur Männer. Also das ist ganz interessant, dass es offenbar auch in der Politik scheinbar zu wenig Frauen gibt, die sich mit diesen ernsthaften Problemen auseinandersetzen. Wir haben genug Politikerinnen, die sich über die Sprachen, ist auch wichtig, ja, die Sprache ist sehr wohl wichtig, aber das ist nicht alleine die Welt. Ja, ob ich jetzt da innen oder mit Sterntl innen und auf welches WC gehe darf. Ja, ist auch wichtig. Aber solche Dinge, da geht es um das Existenzielle. Und das betrifft wirklich ein Geschlecht. Das ist Faktum. Da brauche ich nicht darüber reden. Ja, die Frauen, auch im Alter, die Frauen leisten unbezahlte Pflegearbeit. Es sind die Frauen. Man sagt immer, das typische Schicksal nach wie vor. Ja, sie hat, sie pflegt die Kinder, ja, sie pflegt die Eltern, sie pflegt den Mann. Und wenn sie selber dann pflegebedürftig ist, geht sie ins Pflegeheim. Es ist nach wie vor, und auch da, es passiert ja schon einiges, man darf da nicht ganz so schwarz sehen, aber da müsste man mehr tun. Auch, das ist Budget, das ist eine Zeitspende. Das ist was wert, das die Frauen, man sollte nicht so tun, wie wenn das nichts wert wäre. Ja, das ist hochbezahlte Mikroinvestitionen. Hochbezahlbare wäre es so. Ja, Herr Pöltener, ich glaube, wir haben in diesem Gespräch eh schon ziemlich gut auf den Putz gehauen. Was mich jetzt aber schon noch interessieren würde, im Vergleich dazu, wir haben ja jetzt viel Kritik heute fallen lassen, wie würde denn Ihr perfektes Pensionssystem im Jahre 2050 verschauen? Es würde ein reines Pensionssystem sein, in dem wir klare Struktur haben, was ist unsere Alterssicherung, dass wir das trennen von Invaliditätssicherung, dass wir da das eigens regeln, diese Invaliditätssicherung gemeinsam mit einem Rehabilitationsgesetz regeln, dann auch im Budget gesondert darstellen, sodass Strukturklarheit ist. Also was ist Armutsbekämpfung, was ist Invalidität, Krankheit und Rehabilitation und was ist Alterssicherung? Dass der Alterssicherungsbereich wächst zu einem sinnvollen Komplementärsystem mit einem durchaus schönen Anteil an zweiter Säule. Ich lasse bewusst die dritte Säule aus, weil die dritte Säule ist sehr diffus. Das geht von der Eigentumswohnung anfang bis, also das ist nicht greifbar. Aber die zweite Säule, und das müsste auch Interesse der Sozialpartner sein, die betriebliche, das im Betrieb sein und eine Förderung ist ja für den Betrieb toll, aber man muss halt mehr auch an die KMU herangehen. Man muss halt schauen, dass Betriebe mit zwei Leuten, mit drei Leuten, nicht nur mit Betriebsrat, dass das denen leicht gemacht wird. Und auch da, wenn ich als Arbeitnehmer bin, dann sage ich, das gefällt mir, das Modell. Ich möchte für mich selber noch ein bisschen mehr zahlen, weil mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig im Alter. Also da könnte man ein schönes, wunderbares Weihnachtspaket packen. Lieber Herr Pölntner, heute kann man glaube ich wirklich sagen, herzlichen Dank für dieses sehr, sehr leidenschaftliche Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns Frage und Antwort gestanden haben. Bitte. Die nächste Folge wird gleich noch einmal eine politische. Und zwar haben wir dann zwei Vertreter, Vertreterinnen des österreichischen Jugendrates bei uns. Der Jugendrat für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist eine unabhängige Jugendorganisation, die sich für mehr Mitbestimmung von jungen Menschen einsetzt. Sie werden uns erzählen, wie es Ihnen mit den aktuellen Zuschreibungen der Jugend, Stichwort Gen Y, Gen Z und so weiter geht, und wofür man als Jugendlicher in einer Welt der multiplen Krisen eigentlich noch brennt. Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen.